Hallo, willkommen zu diesem Video in eigener Sache und zwar geht es diesmal darum, dass der Landgerichtspräsident des Landgerichts Ulm, der Herr Lutz Rüdiger von Au, gegen mich eine Strafanzeige gestellt hat, weil ich den Ruf des Amtsrichter Dr. Markus Bühler schädigen soll. Dass dahinter verfassungswidrige Erziehungsvorstellungen des Präsidenten des Landgerichts stehen, die wohl eher dem Ruf des Landgerichts schaden und auch Kindern schaden. Darüber jetzt gleich mehr. Ja und bevor ich ins Thema einsteige, noch der Hinweis, bitte abonniert diesen YouTube-Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, über neue Videos, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Und ihr findet Freifam auch auf Twitter unter freifam.de und Facebook unter freifam.de. Ja, der Landgerichtspräsident, Herr Lutz Rüdiger von Au, hat mich schon vor zwei, drei Monaten quasi gewarnt, dass er beabsichtigt, eine Strafanzeige gegen mich zu stellen, weil er findet, dass das, was ich online über den Herrn Dr. Markus Bühler, Richter am Amtsricht Ulm, so schreibe, eine Rufschädigung sei. Okay, der Herr Lutz Rüdiger von Au hat es in diesem Schreiben, das ich als Warnung verstanden habe, nicht so direkt ausgedrückt, er hat es ein bisschen verklausuliert. Ich habe nicht aufgehört, den Amtsrichter Dr. Markus Bühler zu kritisieren und zwar aus gutem Grund. Der Herr Dr. Markus Bühler hat verfassungswidrige Erziehungsvorstellungen, er pervertiert das Grundgesetz, er sagt, das Grundgesetz sei schlecht für Kinder, Kinderrechte seien schlecht für Kinder. Was ist geschehen? Wie ihr vielleicht wisst, in unserem Fall hat der Amtsrichter Dr. Markus Bühler gesagt, dass man Kinder schädigt, wenn man mit ihnen über das Wechselmodell redet. Und das Wechselmodell ist die Erziehung gleichberechtigter Eltern nach Trennung der Eltern von ihren Kindern zur Gleichberechtigung und in Gleichberechtigung. Mein Argument ist, was bringt dir das Grundgesetz, wenn es nur reine Theorie ist und Kinder nach der Trennung der Eltern nicht erleben, dass die Eltern gleichberechtigt sind. Ich habe meinen Kindern einfach gesagt, wenn ihr wollt, dürft ihr bei beiden Eltern leben, das ist euer Recht. Das fand der Herr Dr. Markus Bühler sei eine Gefahr für Kinder und ich dürfte meine Kinder nur noch unter Begleitung sehen von zwei Frauen und auch nur noch jede zweite Woche drei Stunden lang. Und entsprechend habe ich den Herrn Dr. Markus Bühler öffentlich kritisiert, habe auch die Frage gestellt, ob der vielleicht sadistische Motive hat, vielleicht eine psychologische Störung hat. Das sind alles Punkte, die man, finde ich, da durchaus öffentlich auch vorbringen, kritisieren und diskutieren kann. Denn wenn ein Richter wie der Dr. Markus Bühler derart eklatant das Grundgesetz nicht nur falsch versteht, sondern auch noch behauptet, es sei eine Schädigung, wenn man Kinder über ihre Grundrechte aufklärt und im Sinne des Grundgesetzes erzieht, dann kann da irgendwas nicht stimmen mit diesem Richter. Und der Landgerichtspräsident vom Landgericht Ulm, der Herr Lutz Rüdiger von Aau, der hat von mir eben eine Dienstaufsichtsbeschwerde über den Herrn Dr. Markus Bühler bekommen und hat dann mir geschrieben, dass er jetzt eine Strafanzeige gegen mich gestellt hat. Wortwörtlich steht da drin, ich lese es euch mal vor hier, ich habe Strafantrag gegen sie wegen ihres auf Rufschädigung abzielenden Verhaltens gegenüber Richter am Amtsgericht Dr. Bühler gestellt. Na, ich glaube, der Herr Lutz Rüdiger von Aau, und das ist jetzt hier meine Meinung und meine feste Überzeugung, hat falsche, kinderschädigende und verfassungswidrige Erziehungsvorstellungen. Wie kann es sein, dass der Herr Lutz Rüdiger von Aau meine berechtigte Kritik am Familienrichter Dr. Markus Bühler als Rufschädigung versteht? Das kann nicht sein, weil was ich kritisiere ist ja, dass der Herr Dr. Markus Bühler nicht im Sinne des Grundgesetzes entscheidet, sondern sagt, die Aufklärung von Kindern über ihre Grundrechte sei eine Schädigung der Kinder und dann müsste man die Kinder vor dem Elternteil schützen, der sie über ihre Rechte aufklärt. Das kann nicht sein. Und der Herr Landgerichtspräsident Lutz Rüdiger von Aau hat hier offensichtlich irgendwie sehr falsche Vorstellungen von unserer Demokratie und unserem Rechtsstaat. Denn Demokratie heißt doch, dass jeder gleichberechtigt ist. Wir wollen doch alle, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind. Wieso wurde es denn vor 25 Jahren im Grundgesetz verankert, dass die gleichberechtigt sind, Mann und Frau? Genau. Und der Herr Lutz Rüdiger von Aau hat diese Strafanzeige, so wie es aussieht, eben nicht als Privatperson gemacht, die sich irgendwie von ihrem Nachbarn beleidigt, übel nachgeredet fühlt oder verleumdet fühlt, sondern eben als Präsident des Landgerichts. Das heißt, er spricht ja für das Landgericht Ulm. Und da habe ich sehr starke Zweifel, dass die Richterkollegen am Landgericht Ulm hier mit ihm einer Meinung sind, auch die Justizangestellten, die in den Geschäftszimmern arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, hey, ja, wir finden es richtig, dass ein Vater, der öffentlich einen Familienrichter kritisiert, weil dieser Familienrichter behauptet, dass die Aufklärung von Kindern über ihre Grundrechte die Kinder schädigt, dass dieser Vater eine Rufschädigung gegen diesen Richter macht angeblich, der das Grundgesetz pervertiert. Es geht nicht. Das kann nicht sein. Hier ist was falsch. Und zwar beim Landgerichtspräsidenten des Landgerichts Ulm. Und mit dieser verfassungswidrigen Erziehungsvorstellung, die hier der Herr Lutz Rüdiger von Au, der Präsident des Landgerichts Ulm, zum Besten gibt, ja, mit dieser Erziehungsvorstellung zeigt er doch, dass er es toleriert zumindest, vielleicht sogar gut findet, wenn Richter Kindern einen Elternteil nehmen und zwar den Elternteil, der Kinder im Sinne des Grundgesetzes erzieht und insbesondere im Sinne der Gleichberechtigung. Damit ist der Herr Lutz Rüdiger von Au eine Gefahr für Kinder, weil er verfassungswidrige Erziehungsvorstellungen vertritt durch seine Strafanzeige gegen mich. Der Herr Lutz Rüdiger von Au, das ist meine feste Überzeugung, meine starke Meinung, schadet mit diesem Vorgehen, dass er gegen mich eine Strafanzeige macht, weil er Kritik an einem verfassungswidrig entscheidenden Richter als Rufschädigung bezeichnet. Also ich sehe hier auch nicht, dass der Herr Lutz Rüdiger von Au in seinem Schreiben irgendwie sagt, ich habe es euch ja vorgelesen, dass hier ein Verdacht auf Rufschädigung ist, sondern er schreibt hier als Feststellung, wegen ihres auf Rufschädigung abzielenden Verhaltens. Also für den ist es schon eine gesetzte Sache. Da würde ich sagen, schauen wir doch mal, lassen wir es darauf ankommen. Ich hoffe, die Staatsanwaltschaft Ulm hat hier schon Ermittlungen gestartet und wird das Ganze vor das Gericht bringen und dann schauen wir doch mal, ob das eine Rufschädigung ist, wenn man sagt, ein Richter entscheidet verfassungswidrig, wenn er behauptet, dass ein Vater die Kinder schädigt, wenn er sie in Gleichberechtigung erziehen will. Im sogenannten Wechselmodell. Das wird mir vorgeworfen von dem Familienrichter Dr. Markus Bühler, dass ich meine Kinder schädige, wenn ich mit ihnen über das Wechselmodell rede. Das Wechselmodell ist die Erziehung von Kindern in Gleichberechtigung. Also wer in Deutschland, zumindest im Einzugsgebiet des Landgerichts Ulm, seine Kinder im Sinne des Grundgesetzes erziehen will, muss damit rechnen, dass er sie nur noch unter Beobachtung sehen darf und nur noch drei Stunden alle zwei Wochen. Und wenn er dann noch in die Öffentlichkeit geht und diese falsche, verfassungswidrige und kinderschädigende Rechtsprechung, dessen Dr. Markus Bühler oder eines anderen Richtern öffentlich kritisiert, dann bekommt er wohl vom Landgerichtspräsidenten eine Strafanzeige aufgeheizt. Ich freue mich auf den Prozess, auf diesen Strafprozess, der wahrscheinlich vom Amtsgericht Ulm stattfinden wird. Also vor dem Gericht, an dem der kritisierte Richter Dr. Markus Bühler selbst Familienrichter ist. Und wir schauen mal, was daraus wird. Danke fürs Zuschauen. Und wie schon gesagt, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert diesen YouTube-Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr wirklich über alle neuen Videos informiert werdet. Und ihr könnt uns auf Twitter folgen und auf Facebook. Und falls ihr selber einen Fall habt, wo ihr von Kindeswohlwillkür durch Familienrichter oder Jugendämter betroffen seid, falls ihr die, so wie ich, öffentlich kritisiert und dann noch deshalb eine Strafanzeige bekommt, obwohl ihr euch auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt, dann schreibt bitte eine E-Mail an info.freifarm.de. Wir berichten gerne darüber. Und ihr könnt auch spenden an Freifarm. Die Info kommt jetzt im Abspann. Danke nochmal fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.